Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, ins Bewusstsein hineingehen, mit der Seele in Kontakt treten, nicht mehr sich nur auf der Materie, auf der materiellen Ebene befinden, ins Bewusstsein hineinzugehen, bedeutet vor allen Dingen auch tatsächlich, dass ich einsam bin, einsamer bin, wenn ich wirklich ehrlich zu mir selbst bin. Es bedeutet nicht, dass ich ganz einsam bin, dass ich gar keine Freunde oder gar keine Menschen habe, die mir gut tun, aber es bedeutet sehr oft auch große Veränderungen. In welchem Umfeld kann ich wachsen? In welchem Umfeld kann ich dafür sorgen, dass es meiner Seele gut tut? Oft merke ich im Laufe der Reise, im Laufe der Reise, die wir hier auch auf diesem Kanal gemeinsam angehen, die Reise zu meiner Seele, die Reise zu der Verbindung mit dem Schöpfer, die Reise, die gerade jetzt besonders spannend wird, wirklich, sie wird zurzeit spannender und spannender für die meisten von uns. Es bedeutet vor allen Dingen, dass ich mich in einer Umgebung bewege, dass ich eine Umgebung selbst kreiere. Nicht eine Umgebung, die entstanden ist aus Reaktion, sondern dass ich mir eine Umgebung selbst kreiere, die mir gut tut. Ich kann nur in einer Umgebung, die mir gut tut, die mich versteht, eine Umgebung, die auch dazu führt, dass ich wachsen kann, nur in einer solchen Umgebung kann ich mich entfalten. Ja klar, manchmal habe ich die Umgebung nicht so ganz in der Hand. Manchmal habe ich mich vielleicht auch in der Vergangenheit zu bestimmten Situationen entschieden. Und diese Menschen sind jetzt noch in meinem Leben. Manchmal gibt es auch Familien, in denen ich eigentlich vielleicht mich nicht so richtig zu Hause fühle. Auch das ist kein Zufall. All diese Menschen, jeder Einzelne, ist in meinem Leben aus einem bestimmten Grund. Es gibt keine Zufälle. Auch der allerböseste Chef, auch der allerböseste Freund, der mein Freund war und jetzt mein Freund. Übrigens, das ist ein Spruch vom amerikanischen Nachrichtendienst. Dein Freund muss nicht immer dein Freund sein. Und dein Feind muss nicht immer dein Feind sein. Warum haben sie diesen Spruch, der steht irgendwo in Stein gemeißelt, warum haben sie diesen Spruch ausgesucht? Ja, weil das Teil unseres Lebens ist. Und wir sehen es auch in der großen Politik. Manchmal werden Freunde zu Feinde und Feinde werden zu Freunde. Es kann sich irgendwann ändern. Und manchmal sehe ich sie auch niemals wieder. Manchmal treffe ich und nicht aus der Reaktion heraus. Wie oft sagen wir das in einem Streit? Ich will nie mehr was mit dir zu tun haben. Ja, und ein halbes Jahr später sind wir wieder die besten, die dicksten Freunde und haben alles vergessen. Vergessen sollten wir nicht. Es sollte Teil unseres Lebens sein. Das heißt sollte. Es wäre schön für uns, weil wir dann wachsen können. Darüber zu reden, zu kommunizieren. Ich kenne das auch. Ich habe eine Freundin und es ist eine besonders liebe Freundin. Und es gab Zeiten, wo wir einfach uns mal eine Zeit lang nicht gesehen haben. Bewusst auch nicht gesehen haben. Von beiden Seiten bewusst nicht gesehen haben. Und dann haben wir kommuniziert. Wir haben es ausgesprochen. Und dann, danach, ist die Freundschaft noch tiefer. Das bedeutet nicht, dass man sich danach jeden Tag sehen muss. Ganz im Gegenteil. Es gibt Freundschaften auch, wo ich Menschen vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder vielleicht sogar manchmal zwei Jahre nicht sehe. Oder drei Jahre nicht sehe. Manchmal auch aus Gründen, dass sie weit weg wohnen. Aus einfach Distanzgründen. Also der räumlichen Distanz, ja. Raum und Zeit gibt es im Universum für die Seele nicht. Und das merke ich dann, wenn ich diese Freunde wieder sehe. Und es ist so, wie wenn wir uns gestern zum letzten Mal gesehen haben. Ihr kennt das, ja. Manchmal gibt es solche Freundschaften. Ich habe den Freund, die Freundin, drei, vier, fünf Jahre nicht gesehen. Und wir sehen uns. Und es ist, wie wenn wir uns jeden Tag in der Zwischenzeit gesehen hätten. Das sind Seelenverwandtschaften. Das sind Verbindungen. Ich muss Freunde nicht jeden Tag sehen. Und ich muss auch nicht immer mit allem einverstanden sein. Ganz im Gegenteil. Wenn es eine Beziehung gibt, in der zwei Menschen immer die gleiche Meinung haben, dann ist einer in dieser Beziehung vollkommen überflüssig. Dann brauche ich keine Beziehung. Aus Sicht der Seele, ja. Aus Sicht des Schöpfers. Ich brauche keine Beziehung, wenn ich niemals Auseinandersetzungen habe. Dann kann ich auch ganz alleine durchs Leben gehen, wenn ich niemals Auseinandersetzungen habe. Auseinandersetzungen, Diskussionen und auch Streitigkeiten gehören mit zu unserem Leben. Die gehören auf jeden Fall zu 100% mit zu einer Beziehung. Egal, ob es eine Beziehung zwischen Eheleuten ist, zwischen Kindern und Eheleuten, zwischen Kindern untereinander oder unter Freunden. Sie gehören mit zum Leben. Aber dann, wir reden hier über die Umgebung, die ich mir selber schaffe, die mir gut tut, damit ich wachsen kann. Wenn ich aber eine Umgebung habe, in der ich tatsächlich die Einzige bin, die wächst, die mehr bewusst lebt, die in Verbindung ist mit der Seele, wenn ich in einer Umgebung bin, wo das vielleicht sogar als Quatsch abgetan wird von allen um mich herum. Ja, es kann ja sein, dass einige sagen, dass Blödsinn und andere sagen, Mensch, guck mal, du bist ein wesentlich interessanterer oder ein guter Mensch geworden. Oder ich finde dich viel netter als früher. Ja, auch bei mir gibt es Menschen, die sagen, Mensch, ich finde dich sympathischer, seit du diesen Weg eingeschlagen bist. Bei mir ist der Weg natürlich schon von Kind an. Einige konnten nie was mit mir anfangen, aber so richtig, richtig tief hat der Weg tatsächlich bei mir angefangen, nach der Zeit beim WDR. 2015. 2014, klar, ich war immer ein spiritueller Mensch, habe mich auch immer für ganz viele verschiedene spirituelle Richtungen interessiert, ja. Habe auch eine Zeit lang tatsächlich mich mit dem Koran beschäftigt. Und ja, auch mit anderen Religionen. Aber ihr wisst, Religionen sind nichts für mich, weil Religionen einen wichtigen Aspekt vergessen, alle Religionen dieser Welt vergessen, dass wir gemeinsam, nur gemeinsam, dass wir alle aus der gleichen Quelle kommen und dass wir nur gemeinsam mit allen anderen, mit allen, die zu allen Religionen gehören, wachsen können. Und das ist meine persönliche Meinung. Es gibt bestimmt Menschen, die sagen, ja, aber ich bin da ganz anderer Meinung. Prima, prima. Genauso gute Freunde. Was ich aber hier in diesem Video nochmal erklären möchte, ist, dass es manchmal wichtig ist, für uns, für uns selbst, dass wir Menschen gehen lassen. Auch ich kenne das, dass ich in meinem Leben Menschen habe, die will ich eigentlich gar nicht gehen lassen. Es tut dem Herzen weh. Es tut mir weh. Vielleicht tut es auch nur dem Ego weh. Vielleicht auch nur der Angst. Ich will sie nicht gehen lassen, aber ich weiß tief in meinem Inneren, dass ich sie gehen lassen muss. Wenn ich alles versucht habe und dann trotzdem in dieser Beziehung bleibe, es kann eine Freundschaftsbeziehung sein. Wenn ich trotzdem in dieser Beziehung bleibe und ich spüre, dass mir das nicht gut tut, dann ist es besser manchmal, das zu beenden. Und wirklich in Liebe zu beenden und zu sagen, ja, du bist ein wunderbarer Mensch und auch ich bin ein wunderbarer Mensch, aber es ist an der Zeit, dass unsere Wege sich trennen. Den Zeitpunkt zu erkennen, dass ich das kann und nicht in einer wahnsinnig streitvollen, fürchterlichen Situation auseinandergehe, diesen Zeitpunkt zu erkennen, das ist wichtig. Und auch da gilt wieder Kommunikation. Offen darüber kommunizieren. Offen darüber kommunizieren. Und ja, auch bei mir hat es solche Zeiten gegeben, die Freunde, einige sehr gute Freundinnen, sind immer noch da. Interessanterweise sind das meine Freundinnen aus meiner Kindheit, aus meiner Pubertät. Die sind immer noch da. Und es gibt aber auch einige Freunde, neue, die später hinzugekommen sind, aber eine ganze Reihe, ganze Reihe, ganz viele Freunde und Freundinnen, da wo sich die Wege getrennt haben. Vor zehn Jahren ungefähr, die Wege getrennt haben. Und es ist gut so. Es ist gut so. Manchmal muss ich mich trennen, um glücklich zu werden. Manchmal muss ich mir meine Umgebung selbst kreieren, um glücklich zu werden. Und manchmal bedeutet das auch, Abschied nehmen. Auch wenn es mir wehtut. Auch wenn es mir wehtut. Weil ich die Umgebung brauche, in der ich wachsen kann. Es kann dem Herzen wehtun, aber der Seele guttun, jemanden gehen zu lassen. Vor kurzem habe ich diesen Spruch gelesen und ich habe gedacht, ja, es stimmt. Unser Herzen ist voller Emotionen. Wunderbare, wunderbare Emotionen und auch traurige Emotionen. Aber unsere Seele, unsere Seele will nur eins. Sie will nur wachsen und eine Einheit bilden mit anderen Seelen aus der Liebe heraus und wieder die Verbindung finden mit dem Schöpfer, mit der Quelle, aus der wir kommen. Das will meine Seele. Und um das zu schaffen, brauche ich die bestmögliche Umgebung. Die kann ich mir selbst kreieren. Und deswegen wünsche ich euch allen einen traumhaft schönen Tag und danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und dann wünsche ich euch allen einen traumhaft schönen Tag.